Enttäuschung bei Linken und Piraten. Sie fliegen aus dem Parlament bzw. verpassen den Einzug. Also im Bundestag gibt es natürlich immer noch das Ziel, dass wir da über die 5% kommen. Wir müssen bis dahin natürlich Mittel und Wege finden, wie wir auch unsere Öffentlichkeitsarbeit so hinkriegen, dass die Inhalte bei den Bürgern ankommen. Und da standen wir uns vielleicht in der Vergangenheit zu oft im Weg und das müssen wir abstellen.